In diesem Video teste ich die Handmade Protein Bar Halloween Edition Sorte von Atlas in der Geschmacksrichtung Pumpkin Pie. Der Riegel ist ganz simpel mit einer weißen Schokolade umhüllt, unter der sich eine sehr einheitliche, weiche Masse befindet. Vom Geruch her finde ich es persönlich noch nicht wirklich intensiv. Man kann hier einen leichten Zimtgeruch wahrnehmen und auch ein bisschen was von der weißen Schokolade. Von der Schlichtheit dieses Riegels darf man sich wirklich nicht täuschen lassen, denn der Geschmack ist viel intensiver, wie er gerochen hat. Man schmeckt hier einen richtig würzigen Zimtgeschmack raus, beziehungsweise eine Gewürzmischung, die aus Zimt, Kardamom, Muskelnuss und Nelke besteht. Ich finde ihn richtig gut. Er ist von der Süße her optimal, weder zu aufdringlich noch zu wenig. Die weiße Schokolade schmeckt man auch ganz leicht raus. Von der Konsistenz her ist er ein bisschen weich und chewy zugleich, jedoch vom Gesamten her richtig gut zu essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig geflasht von diesem Geschmack, weil er so unglaublich intensiv nach Zimt schmeckt. Wer gerne diese Gewürzmischungen mag, beziehungsweise so einen richtig intensiven Zimtgeschmack, kann ich diesen Riegel zu 100% weiterempfehlen.